folge ich mal der Wegmarkierung hier Oh Gott, es sind immer noch welche da Nooo 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 Oh, I need to Electric resist not Toll. Achso, der Toxic war da egal. Wo sind wir hier? Hawking's Soul of Drain. Life Drain? 2% oder nicht schlecht, aber schon nur 5,5% langsamer. Ich denke, das merkt man schon. Oh Gott, wie viel ist denn hier? Achtung! Okay, ein Fortun cookie. Confucius says, The great comic book collection is nature's birth control. What the fuck? Oh god, that's it, that's it. Oh, here's another fortune cookie. I can't get on a fortune cookie. Oh, buy a loth. To lose one parent may be regarded as a misfortune. To lose both looks like carelessness. Aha, I'll try. Thanks. Hmm, I'd say we'll do one more before we move on to the main mission again. I don't know how about you, mate, but I love ducks until they mutate and go berserk, starting ripping people apart. You know, the classic Cujo-Bascoville shit. We stopped counting how many civilians have died at the sharp teeth and claws of those creatures from hell. Just exterminate every motherfucker of their kind that crosses your way. Don't worry, not all dogs go to heaven. Das hört sich aber wieder nach so einer Mission wie eben an. Oh, das hört sich aber wieder nach so einer Mission wie eben an. Oh, das hört sich aber wieder nach so einer Mission wie eben an. So, bad boy. 45. Oh, helle, 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 helle. Oh, helle, 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich hier sehen kann. Dinger, die zu den großen mutieren. Jetzt komme ich anscheinend nicht ohne weiteres hin. Wird sie schon gekillt? Wo ist das los? Oh, da ist es und Tadler jetzt. Oh, daaaah Um, okay. Ich glaube jetzt mal hier ein bisschen schneller durch. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Toxic, vulnerable. Oh. Holy shit. Oh, okay. 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 Und weiter geht's. Interessiert mich nie. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Okay. Hier ist Stück noch. Sie haben diese Hellhounds hier eigentlich gar nicht mehr. Okay. Hello. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was haben wir hier? Punctuality is the virtue of the board. Das ist klar. Ich nehme jetzt auch schon mal das nächste an, aber wir machen jetzt erstmal die Hauptmission weiter. The Demons from the Shadow Realm camped so many people, we stopped counting bodies. However, to our dismay, we've noticed that Demons haven't killed everyone on the spot. Families reported numerous girls missing, in a particular age gap of 21 to 26. It seems like the Demons kidnapped the girls and make some sort of twisted experiments on them. If you ever encounter Hatamari, a female demon wearing red robes, that's them. And as hard it is to admit, you must release them from their miserable fate. Don't hesitate to execute them, as well as the shamans who turned them into those forsaken creatures. Wieder so ne Search and Destroyer. It's dangerous to go alone, take away with you. Need a rocket launcher right fucking now. War! Okay, achso, nicht T, I. So, und, äh, Upgrades. Ne, ich habe Upgrades, äh, Skills, Skills. 3 Skillpunkte, äh, so, wir wollten ja einmal hier... Ja, gut, einen Punkt mal überall. Toxic habe ich keine Nahkampfwaffe mit. Oh, fuck. Ich könnte mal... Langsam nachgeladen gerade. Äh, äh. Was ist denn hier los? Oh. Äh. Interessant. Was ist denn das hier unten eigentlich? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch so ein Balken, oder? Ja. Okay, ich wollte mir eigentlich jetzt hier mal das... Ob ich... Gute... Gute Toxic Gems habe dafür. Okay. Okay. Der DPS ist aber so gar nicht hoch irgendwie. Das überhaupt nicht. Ähm, wir tauschen mal Zentos. Ja. Wollen wir uns mal um Kamiko kümmern. Wollen wir uns mal wiederholen. Das ist ein Schmerz. okay ich erinnere mich gerade so ein bisschen drauf vielleicht sollte ich ah hab ich hahaha Agmator wow der hat keine Zeit verloren der war dafür zuständig alle hier äh feurig zu machen sag ich mal muss mal schauen was 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 Was? Was? So, was haben wir hier? What's best in life, to crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentations of their women, coming in close second, puppies. Hm, das ist vernünftig. The Overseer. Hier, feurige Waffe. Hier, DPS hat eigentlich meine Soul Drive. 83,5. Ein bisschen eklig. Ich höre Miss Raider. Hm. Ich lass das erst mal sein. Oh, hallo. Wanks out for Harambe. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Gott. Warte, 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 warte. Das sieht gut aus. Ui! Okay. 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 That's what it does! Oh, hey. Okay, okay, okay. Hello? Oh boy, oh boy, oh boy. Hm, hm. Das wird doch gleich wieder anstrengend. Hey. Ah, ah. Hư... Seems like you're growing up nicely. Who are you? My creepy uncle? No, I'm the cool uncle who sneaks you beer and lets you drive his pickup. Whatever. Listen, Gozu said it's been drinking straight crude. It's not just getting bigger, it's getting stronger. Oh, wonderful. How long will that keep happening? I can't tell. You can tell me. I'm a ninja. Do you enjoy being an idiot? We need to stop this thing. The sooner, the better. Oh. Fine. Oh, hello, new ammo friends. Ready to cure some clock faces? Oh. Oh. Oh? What? Okay. And this good shit gets... Oh! Ow. 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 Nothing like a fresh clip. Hmm? 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 Let's see. Out of ammo. Oh. Oh. Vielleicht was absteuern noch. Ja, ein bisschen was habe ich aufgesammelt. Ow. Ow. Jetzt kassier ich aber gerade richtig. Äh, wieso passiert nichts wenn ich Z drücke? Weil das englische Tastatur ist. Äh. Woran? Oh, hello. New ammo friends. Are you ready to kill some people? Hello. No, 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 no. No, no, no. Oh. Okay. Das war doch mal. Okay. Ein kleines Kämpfchen. Das haben wir hier alles an. Machen wir mal Cookie Cookie. Geld haben wir hier. Das haben wir hier. Da liegt eine Waffe. Hier haben wir diese komischen Orbs. Wenn man 10 Milliarden braucht. Will of Defense. Turret. Okay. Karma's bitch. Dogma, however. Is a wildcat in the sack? Is... Destroyer of Realms. Äh, ich hab nicht die übrig für Missile Launcher. Rocket Launcher. Ja, mal ehrlich zugeben. Okay. Das war's leider. Oh. Hello, hello, hello. You never will, you two-timing lowdown no good. Oh, you mean I didn't get the body back. Yeah, that's right. Amiona will be displeased. Oh no, what you gonna do, frown me to death? Do you know where it is? Not exactly, but I know who has it. Zilla. Zilla? Oh, but this is awful. I must tell my mistress immediately. Yeah, don't let me keep you. Da-da-da-da-da. Oh, was hast du für mich? Hallo, Wang. Are you ready for the next phase in your journey? I'm ready to be done running errands. The path to growth often lies in the direction we least expect. Greet the unusual as an opportunity, not a burden. Hmm. I cannot see the exact location of Kamiko's father. Mamushi Heika left a powerful imprint on this item which is clouding my vision. But I can say with some certainty that you will find him in the general vicinity of the gates. Yeah, yeah, we've already been there. Didn't see any sign of him. The universe places the unexpected in our path to show us its secrets. Perhaps he has recently gone there. Or perhaps you did not know what to look for. In any event, I am certain he is there now. Well, what should I cut off him? Please say his cock, his cock, his cock, his cock. Please, please, please. Any body part will do. Yes! But the hand is usually easiest. Oh, fuck. But you should go now to intercept him, in case he is on the move. Alrighty. Ehm, let's go for a moment here. Skills. Bam. Oh. Basta then. Basta then. Gm. Badaddæm, bar. Ehhh... Mal hier schauen. Earthfy... Ich glaube nicht, dass ich die gut finde, aber ich kauf sie einfach mal. Alles klar dann mal, ne?